ich habe zwei kämpfe müssen wir noch schaffen eigentlich ja wenn man hier ist ja noch so eine witz keine ahnung über den ich bin friseur er weiß wie da aussieht dass ich aus wie prinz figur irgendwie ja dieses männchen bei ja ja die frisur auch irgendwie auf dem boxer darf dich auf ein paar chips einladen dass ich noch mal treffen davon der war keine tritte auf dem ob sie irgendwie verdammt dass wir mal ordentlich davon treffen ok ja was ok der pringelsoup der sauf am liebsten mag die paprika was war das denn geil hat so ein konter da gibt es einfach nicht was geht in den kopf wieso schaffe ich dann ich hab keine ahnung ich werde mich gerade so einfach konzentrieren aber ich bin nicht so fertig zu machen ah du 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 dich du 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 warte hey das kann ja gar nichts du 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 so sachen die zu halbwegs komplett was wir machen ja doch drei kämpfe müssen quatsch planer zu gewinnen das rechne ich schon ein jahr du planst mal irgendwann zu gewinnen was die sich immer dann springt immer spürst du wie ich die attacke machen will immer spürst du wie ich die attacke machen will na klar okay jetzt aber was wie voraus planen das stück sie mal wenn sie ich weiß nicht was du vor hast du die ganze zeit am verlieren aber warum ist das seine arme hängen ich verstehe nicht was ich da nicht aber das war geil so doch noch spannend kauf springt jetzt gar nicht ob ich das noch sagen dürfte ich irgendwie copyright problem kauf euch keine wenn es was war das denn jetzt hier das war geil ich habe da irgendwie noch mehr gehabt hatte ich gedacht dann würde ich sagen die letzte kampf letzte runde an kämpfen dann haben wir uns haben sollte erfüllt das ist sowas wenn ihr meinen zum abschluss das ist ja durch habt ihr nach karten modus gespielt und schwer durch schwer ja sind da noch fünf sechs kämpfe oder irgendwie sowas in schweres hat durchgespielt auch schwer nein sind schwierig gerade sogar runterdrehen welche schwäcke hat keine ahnung irgendwann unter normal oder so unter normal sogar ja gibt irgendwie so von sechs oder so wegen die autos also mal ein guter abschluss kommt ja sagt wir nehmen das was ich glaube ich bin nicht getroffen da reingeflogen das geht nicht ja ey Ah. Ah. Unverloren. Wenn ich wüsste, wie man das noch mal machte, gibt es auch nicht, ey. Hast du dich nicht schlankt für meinen Körper? Ja. Ich nehme mich auch nicht aus wie ein Kung-Fu-Typ, so wie jeder andere. Ja, das war gut. Kamehameha. 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 Ach, Mat. Du musst noch eine Menge lernen. No, okay. Oh, die teilen Läufen. Ey, du hast dir noch die gleiche Kacke, Alter. Die wird verrückt, ey. Verdammt. Oh. Oh. Verdammt. 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 lieber schon besser habe ich so das gefühl habe und defensive technik fliegen wenn helikopter ich bin also auf einer plan macht irgendwas ich habe keinen einzigen finisher bis jetzt so gesehen bekommen ich bin voll langweilig für einige komplette spiel in sich an von den kopf wenn die hat sie schon zu spät Hat der Klingel Spaß? Nein. Was denn da, du Traumtänzer, Alter? Bleib stehen, du musst auch mal aufstehen, ne? Wer muss aufstehen? Ja, du! Warum nicht? Damit ich dich treffe. So. Ey. Was? Was? Ich mach dir die gleiche Attacke immer und immer wieder, ey. Was dir? Ja. Oder dir? Ja, wie die ganze Zeit du gebückelst hier rum. Die ist eigentlich ganz gut hier außen. Weißt du, ich war... Weißt du, du Traumtänzer, Alter? Ah, mein Mikro. Ah, mein Mikro. Ich weiß, dass ich nichts weiter abgeht. Nein. Oh, technische Probleme. Ich schiebte mit der Pico ab. Ja, das ist bei einer. Ich schiebte mit der Pico hier weiter, bei einer. So. Ich schiebte mit der Pico hier. Und bei der Traumtänzer. So, weiter, weiter. Ja. So. Das ist da. Die Autosport-Kanalle. Mit der Pico gibt's. Verdammt! Nein. Mein Gott. Guck's doch nicht, ey. Der Traumtänzer ist wieder da. Mach! Komm schon! Bleib da! Bleib da! Bleib da! Bleib da! Sehr gut! Jawoll! Oh, das gebe ich nicht. So, jetzt die entscheidende Schlacht. Du wirst gewinnen! Du wirst gewinnen! Gibt dein Mikro hier oben, ey. Ja, klar. Hatt' ich auch noch nicht. So, hast du die Pico oben hier? Ja, beinah. So. So, letzter Kampf jetzt. Ja, ja. Aber offiziell. Okay. Bleib da mal unten. Äh, oben. Oh, okay. Wollte ich gar nicht. Dann auch nicht. Okay. Mah. Die Sternchen, ey. So, man kommt mit dem normalen Kampf so Sternchen, wenn jemanden schlägt, das ist doch nicht wahr, ey. Hä? 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 Sieht schon wieder so professionell aus. Du, 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 du. So, dann, du, 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 du. Ah! üss. Ich bin ja mal noch nicht zufrieden. Ach? amid. mein gott immer zu früh jawohl jawohl mein gott voll entschlossen wieder aus na gut focus ist alles ja ok da gibt es auch meine ps3 nach dem trophy ok aber wir sagen das war es siegesquote 23 zu sieben prozent gegen 76 92 prozent ja bin ich zufrieden mit ok dann würde ich sagen das war es jetzt und wir verabschieden uns danke fürs zuschauen